Ist ja nicht live. Hi Lisa Marie, aus verschiedenen Studien ist ja bekannt, dass die Bakterien auf unsere Haut das Hautbild beeinflussen. Wie sieht deine Pflegeroutine aus? Also ich glaube aufgrund dessen, dass ich halt selber ab und zu schon mit der Haut zu kämpfen habe. Also ich bin gerade jetzt fast über den Berg, aber eine der Dinge, die mir halt geholfen hat, ist sich genau darum zu kümmern, wovon sie gerade gesprochen haben, dass man auch von innen schaut, dass es passt. Weil, würde man vergessen, ist es zwar cool von außen auch eine coole Pflegeroutine zu haben, aber natürlich, der Darm ist für vieles verantwortlich und ja, da sollte man seine Kulturen gut hüten. Seid eine Frage?